Es begann als Schabernack. Der Prince of Wales besuchte New York und ihm zu Ehren wurde ein großer Ball gegeben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die deutschstämmigen Amerikaner Zielscheibe von Fremdenfeindlichkeit und ein Auftritt deutsch-amerikanischer Musiker war daher beim Ball unerwünscht. So gemieden veranstaltete eine Gruppe deutscher Musiker unter der Führung August Asche einen eigenen Ball. Es war ein so großer Erfolg, dass er Asche dazu brachte, einen Verein für deutsch-amerikanische Musiker zu gründen. So führte die Haltung der Öffentlichkeit gegen die deutsch-amerikaner zur Gründung des Aschenbrödler-Vereins. Die dominante anglo-protestantische Kultur jener Zeit misstraute den deutschen und irischen Katholiken und beschuldigte sie häufig des Anti-Amerikanismus. Die Know-Nothing-Bewegung, eine einwanderfeindliche politische Gruppierung, Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, war Teil jener Stimmung, die deutsch-amerikanische Musiker zur Gründung eines eigenen Vereins bewegte. Aschenbrödl Hall Wem dieser Name zu sehr Zungenbrecher ist, der kann den Ort auch als Cinderella's Schloss bezeichnen. Denn der Name ist ein Wortspiel mit Aschenputtel, dem deutschen Namen für Cinderella. Er war eine liebevolle Hommage an den ersten Vereinspräsident August Asche. Dass der oft musikalische Parteien übernahm, die von anderen Musikern gemieden wurden, brachte ihm den Spitznamen Aschenputtel ein. Asches Wohlwollen und Entschlossenheit machten ihn schließlich zu einem erfolgreichen Präsidenten des Musikvereins, der unter den deutsch-amerikanischen Kultureinrichtungen jener Zeit als eine florierende Organisation galt. Der 1860 gegründete Musikverein förderte und unterstützte deutsch-amerikanische Musiker und war eine der führenden kulturellen Organisationen in dem Kleindeutschland genannten Stadtteil. Die deutsch-amerikaner dominierten die Musikerszene New Yorks. Tatsächlich waren nahezu alle Mitglieder der New Yorker Philharmoniker in Deutschland geboren oder deutscher Abstammung. Zu den Mitgliedern des Vereins zählten Karl Bergmann, der die New Yorker Philharmoniker bei den Aufführungen von Wagners Ring des Nibelungen dirigierte, Theodor Thomas, ein Violinist der New Yorker Philharmoniker, sowie Walter Domrosch, ein mäßig begabter Dirigent und Komponist, der sich in der typisch amerikanischen Praxis der Geldbeschaffung und Werbung hervortat und somit das Schicksal der New Yorker Philharmoniker nachhaltig veränderte. Die Mitglieder des Vereins mussten zwei Anforderungen erfüllen. Sie mussten Musiker sein und sie mussten Deutsch sprechen, da alle Versammlungen in deutscher Sprache abgehalten wurden. Obwohl der Verein schließlich nach Yorkville in die Upper East Side zog, einem weiteren Zentrum der deutschstämmigen Bevölkerung New Yorks, dient das Gebäude in der 4. Straße immer noch der Kunst. Heute beherbergt es den La Mama Experimental Theatre Club.